Und Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot. Lang, lang ist es her, entweder TG, endlich wieder TGS, so ist es richtig rum. Die therapeutische Gruppensitzung, meine Fresse, ich glaube ein komplettes Jahr her, seitdem wir das letzte Mal Skrippel.io gespielt haben. Heute in Top-Besetzung, Nils am Schwarz, Bidi, Don Weave, Bro und meine Wenigkeit, grüßt euch. Grüße. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Endlich wieder Therapie. Endlich wieder Therapie. Das sind schon lange Therapie, aber irgendwie so richtig bis jetzt hat es nichts gebracht, oder? Nee, es ist immer wieder rückfällig geworden. Außer die Kosten, die steigen ins Unermessliche. Das stimmt. Also mein Konto ist langsam blank, ich saß euch gleich. Nicht nur das Konto. Ich kann euch sozusagen für diese Folge nicht bezahlen. Dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Tschüss. Das hättest du ruhig früher sagen können. Oh, ich hab ein bisschen geschlafen. Ja, du bist am dransten, ja. Ja, ich hab ein bisschen in Schrott verpasst, meine Freunde. Aber ich muss erst mal... So. Hä? So. So. Also ich gebe nochmal zu gedenken, ich zeichne mit Touchpad. Das wird absolut legendär. Wieso ist das so zu gedenken? Wieso ist das so zu gedenken? Das hat mich mal... Das hat mich an die Sache geblüht. So, so zu gedenken. Hahaha. Es fängt so wieder gut an. Einer mit Touchpad. Das soll es sein. Mit Touchpad. Das ist so schwer. Ja. Mit Dopp ist es. Das ist die Doppel. Was Doppel. Ach ja, der ist das Rübe. Das ist Rübe 2. Der ist Rübe 2. Der ist Rübe 2. Der ist Rübe 2. Der ist Rübe 2. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, warte mal, ich kenne es mal ein bisschen mit der Steuerung, ja. Aber es wird nicht das... OHHHHH! Hahaha. Hahaha. Okay, da habe ich jetzt echt gar nicht damit gerechnet. Ja, das Hinterteil ist etwas groß geworden. Tut mir leid. Alles gut. Dafür... Ich glaube, wenn ich... Erstens mal hätte ich kein Touchpad, weil PC. Aber da wäre es eigentlich komisch, wenn ich am PC keine Maus setze. So, da kann ich mal kurz gucken. Ach ja, um zu chatten. Das muss ich ja hier unten reinbringen. Schau mal. Ich mach das mal. Donnie. Donnie. Okay. Aha. 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 Dein Kegel. Groß-Klein war... Boah. Ah, Skididus. Oh. Oh. Knast, Alter. Ich dachte... Ich dachte sogar, Knast wär so Jugendslang. Oh, ja. Das ist halt neumutsch geworden. Okay. Ähm... Ja gut, das kann natürlich sein, dass jetzt... Gut über ein Jahr, da gibt's bestimmt viele neue Wörter, ne? Na klar. Ich wollte eigentlich erst, wenn die jemanden... Meint, der Hunger hat. Weil man sagt, ja, ich hab Knast, wenn ich Hunger hab. Das stimmt. Da wäre aber auch schwer drauf gekommen dann. Ja. Ja. Na gut, da bin ich ja endlich mal wieder ein bisschen... Nicht so benachteiligend, den ihr schon alle Wörter kennt. Ne, das war aber auch damals eigentlich nicht so. Ja... Hä? Ha, 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 ha. Ähm... Boah, schau. Wie seid ihr da auf Nacht gekommen? Bei mir war gar nichts dukel. Ich schwör. Ah, nein, 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 nein. Ich hab einfach probiert. Okay. Na gut. Gut. Endlich mal was ordentliches, Nils. Dafür gebe ich schon mal einen Daumen hoch. Das Gute ist eigentlich, meine Schle... Dass ich mit Katsch verzeichnen muss, ist eigentlich ihr euch zum Nachgeiz mir selbst. Hast du, hast du Akkord geschrieben? Ja. Gut. Das ist alles richtig so. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man es schreibt. Ich weiß nicht, wie man es schreibt. Ich weiß nicht, wie man es schreibt. Ja, genau das. Aber das hieß doch Planetarium, wie es der Bro geschrieben hat, oder? Oh Gott. Wahrscheinlich wird es anders geschrieben. Ja. Ja. Tja, ich wollte gerade Planetarium schreiben und habe ich es gelesen im Chat und dachte, okay... Steht bei euch hier, äh, falsches Wort irgendwie oder sowas? Naja. Ah, okay. Ah. Wie heißt es noch? Wie heißt es noch? Wie heißt es noch? Nein! Ha! Ja, weil... Was? Oh Gott, ich bin hier auf dem Schlauch. Ich weiß, das wird... Ja, mir liegt es da auf der Zunge, aber ich komme da drauf wie ich sehe. Oh, ich wusste, es wird mit Uhr geschrieben, aber wie es genau geschrieben wird. Sammatorium. Ohhhh. 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 Oh shit. Ja, das ist... Das ist was... Das sind aber komplett neue Würder, ja? Kann das sein? Weil das letzte Mal hatten wir so die Würder definitiv überhaupt nicht dabei. Finde ich auch nicht gut. Da geht's gut. Ja, echt gut, denke ich. Machen wir was Einfaches. Hm. Da war's gar nicht mit Touchbezeichnung. Siehste? Mal was Schönes Einfaches. Das ist ein Sammatorium, alter. Ich hab gedacht, Mensch. Machen wir mal was Spaß. Das war richtig, richtig. Aber es war gut gewollt. Ja, gut gewollt war's, auf jeden Fall. Jetzt... Es wird wieder legendär. Haltet euch bereit. Das ist der, das ist der. Ja. Ja, sehr gut. Wir kommen auf Kurs. Oh, hör doch mal auf. Ich guck's halt mal wirklich. Äh. Äh. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Meine Finger brechen ab. Warum, du Speedy? Was? Jetzt rutscht mein Bildschirm und hat das nicht los. Na hä, so fällt ruhig das an. Ignoriert es. Ich werde das nicht beschreiben. Ich werde das nicht beschreiben. Ignoriert es. Okay, alles noch. Boah. Okay. Ich hab mich, ich hab mich verschrieben, ey. Ich depp. Wir wollen noch mal sehen für mich hier. Wo ist das nicht beschreiben, jetzt? Ich hab, ich hab das als, ich bin auch schon auf Goldfisch gegangen, weil ich dachte, es geht halt um den Fisch. Ich hab das nicht beschreiben. Ich hab die Karte. Ich hab das nicht beschreiben. Ich hab das nicht beschreiben. Vierter Platz, ey. Das geht gar nicht. Oh. Wollte ich mir das Ticket, oder? Ne? Warum ist da... Hä? Ich glaube, da muss ich mal kurz lachen, aber da hat... Das muss ich mal kurz lachen... Wisst, es wird nichts? Hahaha! Scheiße, geil! Hä? Wie kannst du das wissen? Warte mal! Habe ich es falsch geschrieben? Ach, das ist dieser... Ach Gott, aber wie hieß denn der? Das ist der Chips-Typ, aber... Ähm... Oh, wie hieß denn der? Das ist so Chips-Typ! Aber... Oh, ich hab's fein! Ich hab... Ich hab... Ich hab gefan-fingert! Ah, stimmt! Ich hab... Oh Gott! Hätte man erkennen können, Schade! Oh je! Oh Gott, was ist denn immer denn? Das hätt ich... Ah... Ach, nee! Oh, das ist aber... Das ist aber... Bleib ich wählen! Na gut, okay... Ähm... Tipp mal hin! Das ist... Frau in Roll! Na gucken wir mal, was es diesmal ist! Ah, tuck, tuck, tuck... T�... Tja... Tja... Naja... All correctly... Tja... Boah... A Was ist denn das so gut? Oh, ich kann mal schauen. Was geht denn da? Was? Was geht denn da mit V? Ja, wie sollte das sein? Wie die? Ja? Was ist das hier eigentlich der physikalische? Oh Gott. Zum Beispiel, ja. Backohre hin hier. Zack. Oh, verdampfen! Das gibt's doch nicht. Ich hab mir das nicht rausgesucht. Verdampfen. Okay. Nils! Was ist das schon wieder? Ja, ist gar nicht so schwer diesmal. Find ich gut, Nils. Das sind immer solche harten Wörter. Was ist das? Oh, es geht. Oh, ist das? Oh, ja. Da war dich. Nichts, was ist gar nicht weppin. Ich bin der Lassen. Oh, das ist gar nicht. Er war ein. Man hat sich kickflaschen. Das ist gar nicht ist. Das ist gar nicht mehr. Ich fache, dass ich mich in der Tiefe. Oh, wie hieß denn das? Okay. Ja, endlich mal runter, ey. Ich dachte erst, das wär'n Rollschuh rechts. Ja. Nein, ich komm nicht raus. Wie Speedy, ey, ist so weit vorne. So. Gebro, komm doch vom zweiten Platz. Nächlich. Also, ich glaub ich war noch nie im Leben mit nur fünf Wochen. Abschlepp mal. Oh, das ist schon übel. Äh. Sind wir auch gut okay. Das kriegen wir auch hin. Also. Na gut. So. Na. Na. Na ja, schon wieder was. Ähnlich. Ähnlich. Hä? Nein. Was ist das? Na meine, der Speedy, der ist schon auf jeden Fall. Das. Ist das aber all? Ja. Gut. Was ist das? Was ist das? Jetzt aber mal hier drinnen ist, jetzt zum Beispiel. Ich kann das auf die Schnelle nicht wollen. Alles klar. Da ist der, der Kai ist drinnen. Da ist jetzt hier der. Kai aus der. Keine Ahnung was ist sein Duell. Keine Ahnung was ist sein Duell. Ein Kai Sieg. Oh Gott. Bleiben dort hinten. Oh Scheiße. So. Jetzt ist es vorbei. Ähm. Okay. Oh Gott. Das wird's wieder braun. Das muss ich, das muss ich aber langsam mal aufführen. Jetzt wird's wieder braun. Warte mal. Warte mal. Das sind Mülleimer oder halt. Genau. So den Rapper. Achter Mülleimer ist gut. Mülleimer ist alles. Oder halt dann diese Radiogummi, der halt. Genau. Würde ich mal jetzt einfach so machen. Es wird's sonst nicht. Das ist so schlimm. Oh komm mal doch mal du Sack. Soll sich mal jemand über meine Zeichnung aufregen ja. Zeichne mal mit dem Touchpad von einem Laptop. Weißt du wie kacke das ist. Ja ich hab nen Laptop Bio. Also ich hab das. Ich hab die Ausrüstung da. Na dann probier's mal. Okay. Ich hab den letzten Rund. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Doppel R. Hey. Ne. Was? Was hab ich da gleich... Ach. Was weil... Was我是 mal über... Aber ich hab doch noch mal die Reinnerung. Heuh, mh... Eron ist ein Swingschön davon... Was war denn? Ich hab's gut gehört. Ich hab die Reihe키lein. Als Schluch... Oh Gott... Eindeutig zu erkennen als bitte. Ja das ist etwa ausschlaggebend. Das war mit der Maus nicht das er gewonnen. Ich hab das als 2. Ich dachte, der hatte eine Medaille, irgendwie so, glaube ich, die ganze Zeit einen Bronz, also Silber, Bronze, irgendwie so, ja. Nee, war aber Zorro. Z wie Zorro. Mhm. Mhm. Scheiße! Was? Das ist halt eigentlich bloß die eine Seite, sch- Fuck! Ah, das muss ich schon beeilen, man soll es nicht ausmalen. Ne, nehm doch mal einen Stift an. Die Zeit hast du. Malst du erst mit Touchpad? Nee, ich mal mit, bei mir sitzt gerade drüben. Aha. Man soll es halt nicht ausmalen. So, das ist, das ist braun, okay. Und da ist ganz viel weißes Zeug drauf. Nimm da mal die weiße Farbe an. Ich wollte es eigentlich, ich wollte es ausmalen. Ja, genau. Nex. Gibt es doch gar nicht. Ja, stimmt. Das ist ab, Nils, vom Rang zu. Das ist scheiße. Was soll ich voll, weil ich... Also heute habe ich echt einen Hänger irgendwie. Keine Ahnung, ich komm nicht drauf. Ich müsste, ich müsste das ausmalen, aber da passiert aber genau das, was hier gerade passiert ist. Das ist halt kacke. Ohhr! Ohがah, FANCK generation, ohhhh. Leibup. Ohhohohohoh. Ha, 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 Ha! Ha, Ha, Fa, Wie bist du da? PFANNKKK alongside Monarch wegkomme! Wie krank... Ja, ich hab... hab ich sofort, hab ich's sofort erkannt und hab gezeichnet. Na, aber nicht. Uh, Mahm.... Sowie uns gerade lasst durch. pfannkuchen alter ja ich wollte halt ausmalen okay ja ich weiß krass dass ich nur oder so irgendwas jahr pfannkuchen also ich schätze mal wenn das jemand in bayern lesen wird aber das gefällt kuchen das wird bestreitet sich die ganze als deutschland wieder begriff davon ist also ich hab heute echt nicht mehr tor einfach aber genial Du bist so ein dreckigen drischer dreckigen bist du Ich muss doch durch das Video holen, auch wenn du es wahrscheinlich nicht ausgeschnitten hast Echt, kann man darum hochgehen Wie ist das hier? Wie ist das hier? Wie ist das hier? Wie ist das hier? Brand! Die Faktivität muss richtig sch- Ja, du bist eigentlich ganz gut, Weave, aber... Ich kann nicht, ich spiele definiert Ach, ich bin B Sehr gut Jawoll Oh Gott, ich mach die Challenge Das klingt nicht cool So, also, ich mach mal das jetzt So, also... Ähm... Das ging aber, oder? Ja, konnte War, war, war ganz gut Ich glaube, aber ich habe Niete falsch geschrieben, ich hätte langes IE Scheiße Ich dachte, Jesus, das ist ein neid Ich dachte, das ist ein neid Ich dachte, das ist eigentlich... Oh fuck Ach Mist So Leute, jetzt wird es wieder hart für euch Okay Alter, auf dem vierten Platz, ich raste aus Ich bin alleine, dass... Ich bin alleine, dass ich mein Bildschirm immer verschiebe, koste mich Ja, ich bin alleine Ja, na, fahr du, Bohnen Ja, na, fahr du, Bohnen ist umgestellten nein das ist bis zu hohen das ist auch gut weil du da manchmal wenn irgendwie als anstatt zu mollen so da automatisch die starke vom stück ja gut wenn du wenn du halt also ohne maus ist es schon das ist so gut das geht ja auch der echten schnellen finger das gibt es gar nicht das ist 3000 punkte macht das ist ja wieder dass ihr das jetzt nicht erratet weil ich das jetzt ziemlich bei geholen zeichen ist das ist jetzt alles wie gesicht jetzt kennen wir noch mal das ist das ist da und auch da drin ok jeder jeder von uns hat vitamine geschehen das gibt es ja dritter schön 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 oh gott geschehen spieling ist schussinger wird ok ich habe gerade geklickt mann ich denke ich werde es holen ich letzte runde heutzutage auf alle deutlich schneller als ich irgendwie ich bin der letzte ist das schon wieder das soll das sein oder beruhige dich wichtige punkte die waren richtig wichtig die frage ist ja eher was macht man denn da hat das ist ja wo es noch eng scheinze ja ein brohl ich noch nichts da sowas von abessen mein freund ich will kreuzer und Kürbier Kürbis 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 da ist schwierig krank aus man macht mir macht die farbe lang ist also na gut es ist viel zu schwierig es gibt hier drum das ist doch doch auch mein ich bin durch aber das ist doch ein reißverschluss ist es bereits verschloss beim mensch rückräut ist es nicht vielleicht schaffe ich es noch wirbelsäule gesehen habe ich gesagt ich weiß ja als verschlüssel so ja alter leckum okay jetzt machen wir mal nicht mehr als gleich vier punkte das ist jetzt einfach nur damit es ungefähr so da sind wir es geht so die folge wird natürlich nicht hochgeladen ist ja ganz klar aber immer wieder mit sich also ich finde vor allen dingen schön dass viele neue wörter dabei sind oder also mir kommt so vor als wenn einiges dabei gewesen ist das kann ich nicht vorher ja kirby ne zum beispiel ohne also kirby ich glaube ich glaube ich glaube ich schon bei ich glaube bei ich glaube bei gordic phone hat man das öfters aber bei ich glaube bei scribble aber wer weiß ihr seid jetzt auf jeden fall am dransten auch mal den pinsel zu schwingen in form ja das like button einfach mal drauf knüppeln kommentar ein knall natürlich abo nicht vergessen zurzeit ist ja wieder ein sehr großes wachstum auf dem kanal das erfreut uns natürlich sehr ja und wir läuten euch ein auch zur nächsten therapeutischen gruppensetzung vielleicht seid ihr ja auch bis dahin geheilt und falls nicht guckt einfach rein danke- danke denen bei sehnte dabei waren bis nächsten mal x 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